2 Sekunden Oh ja Heiler Segen wieder aber Geht aus dem Glück nichts an So, jetzt wollen wir nach dem Weg gucken Ich kann ja alles nochmal machen Da ist das vergilbte Dorf dahin Jetzt werden wir gar nicht wieder fertig drüber Jetzt erklären wir doch mal warum ich das Rig behalten habe, die Magazin, aber die Waffe weg Das macht doch gar keinen Sinn Das habe ich doch alles zusammen aufgehoben Von dem, von dem, den ich da totgeschossen hab Hm, was ruck ich denn schon? Das ist doch absolut vornrissig, Alter Hast du vielleicht die Waffe zu spät aufgehoben? Nee, 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 ach nee Der war ja schon wieder eine halbe Stunde hier Also offen unterwegs, bis der sogar weg war Da war ich ja schon hier, den habe ich ja vorne vor dem Nachricht erschossen, hab den das Zeug weggenommen Und dann bin ich hier hinter ins Dorf gerannt Hab hier mein Quest eingeholt Dann bin ich wieder zu Fort Narit gerannt Zum anderen Eingang, wo meine Leiche lag Dann habe ich meine Leiche gelootet Und dann konnte ich mich auf einmal nicht mehr aus meiner Leiche rausbewegen Und die Waffe auch nicht mehr in die Hand nehmen Und ich dachte ich war wieder verpackt Aber da war der Surfer dann weg Achso Sehen wir andere Seiten Wo ist denn wieder meine Waffe, Mensch? Au Aua Alter Hat er meine mit der Schrotflinne übergebraten Habe ich überhaupt Heilung mit? Boah, ich habe ja noch nicht mehr Heilung eingesteckt Ich kann dir Heilung geben, wenn du was brauchst Ja, danke, ein bisschen habe ich noch Ja, danke, ein bisschen habe ich noch Ich will sende ich welches Haus Nein, hier wo ich bin Drum rein Achso, okay Da hockt der Mieter Tonner. Der nimmt schon die Waffe weg. Bis dann irgendwann mal so ein Video kommt von dir, 10 Dinge, die ich an Greyzone hasse. Naja, 10 Dinge werde ich nicht zusammenkriegen, denke ich. Was? Dränkt sich nur 3. Da sind es mindestens 10 Dinge. Echt? Ja, also die Bugs, die ganzen Bugs, wenn die 1 sind aufzählt, dann kommt man schon auf 10. Mich nervt es nur, dass die hier immer fliegen oder rumjumpen in 23 Sekunden, dass die nicht sterben, wenn du sie in den Schädel schießt. Dass ich mein Zeug verliere, welchen Server Disconnect. Und dass man manchmal seine Waffe nicht benutzen kann, nicht schießen kann in manchen Situationen, wo es gerade am dringendsten nötig ist. Das wären so eigentlich... Du bist schon da vorne, Alter? Ja, naja, ich versuche mal den Spieler anzugreifen. Okay. Ich sehe hier ein Loch in der Wand aus, sieht nicht aus wie Hauptstraße. Ach, du bist da vorne direkt Hauptstraße reingerannt? Ja, genau. Ja, also den Dranzen, den kann ich hier nicht liegen lassen. Ne, das ist halt dieser Rush, der hat 30 Plätze drin. Ja, ich versuche mal hier hinten meinen Glück. Jetzt komme ich wieder mal zu dir. Bist du, dass der nicht randkommt? Ja, das bin ich, bin ich, bin ich. Das sind ja keine Gegner mehr, wenn es hier so bitch verknüpft. Ja, na klar, nimm, komm. Ja, weil ich habe schon viele M4s, ich habe schon viele M4s. Oh, die habe ich glaube ich nicht mitgenommen, oder? Ne, aber ich kann dir eins geben. Ja. Geil, danke. Ja, und wenn wir ihn killen, dann hat er vielleicht noch ein Magazin, ja. Ja. Munition habe ich ja, Magazin mangelt jetzt etwas. Gucken wir mal hier zu den Arschlöchern. Ja, der auch hier. Hier muss ich doch auch noch irgendwo in so einen Laden rein. gehen. Ich glaube, da laden wir von. Ja. Ja, auch nur ne Arka, ne Frage mal. Packt schön in die Wand. Das liebe ich, das ist auch ein Fehler. Was für ein Opfer. Ne, das ist leider auch nur ne Schott. Mist. Ich sage mal, die haben hier alle nur AKs. So, ich muss noch ein bisschen weiter vor. Ja, auf meine Fresser. So. Farmer. Nein. Hopp. Weck den Scheiß. Wie? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 brauchst du noch mal karzine ja ich hab da noch mal eins reingepackt weil ich dann meinen anderen nicht versuchen kann das mein rucksack das der spieler den ich kopf hohen Oh, das ist so krass. auch schon wieder ein magazin zu nennen ja ich bin ja mal hier drüber an ja dann warum höchelt denn dann Vor allem, ich habe ein Voodoo, ich kann bis zu sechsfach reinsohlen. Krass. Nach 48 Metern soll ich mir auch nie da sein, wenn es das Haus ist. Dann stirbt er auch endlich mal, Jürgen Morien. Dann schreit er auch noch. Ja, die Tür ist da zu. Wo soll ich denn hier reinkommen? Da klären wir einfach mal einen Schub. In die Bude da, wo die Tür offen ist. Alter, er lief einfach. Was für eine Munition noch brauchst? Ich habe noch echt viel. Okay. Ja, da würde ich nicht Nein sagen. Da würde ich mal hier das Brett zunmachen. Lass es dich umlegen, wenn die Munition rausschmeißen. Danke, geil. Ja, und deswegen spielt man auch gerne zusammen, weißt du? Ja, das war's. So, ich muss jetzt hier irgendein Zimmer Das ist ein Zimmer, wo er einen Wasserspender dort ist Und da muss ein Schreibisch sein mit dem TC drauf. Das ist ein Schreibisch. Da haben wir einen Dauern-Klubi hier. Alter, was wandelt denn hier rum? Alter, wie wollen denn da noch runterkommen? Unnormal aber. Wir müssen hoch. Okay. Oh, wie laut das ist. Alter, machen wir einen Lärm. Du denkst, wir stehen auf dir. Boah, ey, wo kommen sie denn her? Von unten war jetzt eh nach, wer gerade reingekommen ist. Dämonischwein hat mich erschissen. Äh, verletzt. runter runter metal bloß hier rein in so ein scheiß raum ja ich muss das brett zu machen nein mensch muss doch nur den dreck kostbare sekunden mich hat er schwer erwischt ich muss ganz schnell nicht verbinden mach ich hin ich hab auch die blut verloren die blut doch ja 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 Bist du wieder oben? Ja, ich bin oben. Sieht clear aus. Okay, die Tür ist das Herz. Nice. Ich kann ja nichts aufheben. Ich wollte schon wieder Hasspiraten loslassen. Wie viele von den Arschlöchern muss ich noch mal schießen? Oh, noch 14. Dann lasse ich dich dann töten. Ne, ich würde sagen wir machen uns jetzt aus dem Stau. Ja. Ich gebe das ab was ich habe. Das ist ein Hähner. Da ist ich unten wieder Hähner. Hey, come up. Where are you, Murk? We've not done training yet. What are you fucking bitch? Das ist ein dumme Kind. Der ist draußen. Das ist unser. So. Nee. Nee. Ich bin zu weit weg. Oh, bis jetzt laufen die Sauber. Das gefällt mir. Ja. Ja. Vorhin auch. Ja. So. Mal gucken wo wir hingehen. Oh ja. Delta 3. Oh ja. Delta 3 sieht gut aus, glaube ich. Da kommen auch Leute von uns. Ja. Du musst dann vorangehen, weil ich weiß nicht wo Delta ist. Ja. Ich hab halt immer noch Kack-Sicht drin. Verschwommen. Irgendwo muss ja auch ein Loch im Zaun sein. Mhm. Da müssen wir nicht mehr so viele Feinde über den Haufen schießen. Mhm. Hey, Bro. See you. Ja, die haben jetzt auch zu kämpfen. Mhm. Mhm. Ja. 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 Oho. 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 Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ja. Ja. Das ist gut, dass wenn du auf einen schießt, die wissen, wo du bist. Mhm. Ja. Bis zum nächsten Mal.